Musik Bisher wurden im Bereich der Kataloge die Dateien, welche Catwalk zur Verfügung stellt und die vom User angelegten Dateien in einem Verzeichnis gespeichert. Das Problem dabei ist, dass das Catwalk bei allfälligen Änderungen diese zur Verfügung gestellten Dateien nicht löschen oder überspeichern kann, da jeweils nicht bekannt war, ob allenfalls von Kunden Änderungen in diesen Dateien vorgenommen waren. Zur Version 26 wurden diese Kataloge nun getrennt, somit werden die Catwalk-Kataloge in einem Verzeichnis abgespeichert, in welchem der Kunde nur Leserechte und keine Schreibrechte besitzt und die vom Kunden angelegten Katalogelemente bleiben im bisherigen Ordner. Diese Änderung fällt uns auf, wenn wir auf Hinzufügen, Katalog gehen, dann finden wir hier neu den Catwalk-Katalog, den Benutzer-Katalog oder den aktuellen Ordner. Ich wähle hier Catwalk-Katalog und finde darin die von Catwalk und verschiedenen Herstellern zur Verfügung gestellten Katalogelemente. Ich kann auch in dieser Stufe oben noch wechseln von Benutzer zu Catwalk und ebenfalls gibt es hier die neue Zeile Favoriten. Ich wähle in den Catwalk-Ordner, gehe unter Hersteller-Lieferanten, wähle hier Lignatur und kann nun auf der rechten Seite den Stern anklicken. Diese aktivierten Katalogelemente erscheinen nun in den Favoriten. Somit kann ich mir die am meisten genutzten Katalogelemente als Favoriten abspeichern und einen Schnellzugriff erstellen. Durch diese Änderung ergibt sich nun jedoch das Problem, dass wir einerseits im Catwalk-Ordner die Catwalk-Katalogstruktur haben und andererseits natürlich im Benutzer diese auch noch haben von den bisherigen Versionen. Um hier Ordnung zu schaffen, finden wir auf der linken Seite in den Einstellungen den Dialog-Katalog-Verwaltung. In diesem Fenster kann ich auf der linken Seite die Kataloge 2D, 3D, Variante, Wände und Öffnungen aufrufen und darin nun das Pflegen des Catwalk-Katalogs und des Benutzer-Katalogs vereinfachen. Ich kann nun zum Beispiel im Benutzer-Katalog den Ordner Architektur wählen und diesen löschen. Weiter lösche ich auch den Ordner CI-Profile. Bei den Hersteller-Lieferanten kann es zum Teil vorkommen, dass ich als User Änderungen in den Catwalk-Elementen vorgenommen habe. Wenn ich mal nicht sicher bin, ob ich allenfalls in einem Katalogelement Änderungen vorgenommen habe, dann kann ich diese auch kurz per Doppelklick öffnen und erhalte dann eine Vorschau des Katalogelements. Wenn ich sicher bin, dass ich selber keine Änderungen vorgenommen habe, dann kann ich auch diese Elemente löschen. Da es sich ja um die Catwalk-Kataloge handelt, finden wir diese neu im Catwalk-Katalog. Nun haben wir hier nur noch die eigenen Katalogteile. Möchte ich nun diesen Ordner löschen und die Unterordner auf die Ebene holen, kann ich hier jederzeit den Katalog im Explorer öffnen. Kann nun darin diese Katalogelemente ausschneiden, auf die obere Ebene einfügen und danach diesen eigenen Katalogteile-Ordner löschen. Ich kann hier den Katalog aktualisieren, wähle dann schliessen und wenn ich nun mit N den Katalog aufrufe, haben wir hier im Katalog 3 den nur noch einen reduzierten Benutzer-Katalog. Die Standard-Katalog-Elemente finde ich dann hier unter Catwalk.